Ich bin, by the way, wieder im blauen Modus. Wie findet ihr das? Also, findet ihr das? Also, es ist einfach nur statisch. Eventuell werde ich mir nochmal Zeit nehmen und einen cooleren Effekt einstellen, dass es vielleicht nicht nur statisch ist. Statisch ist. Aber, ich, ähm... Boah, ich würde euch mal gerne meinen PC zeigen, ne? Boah, soll ich das mal machen? Ich kann euch das mal... Ey, warte mal. Ich zeige euch mal ganz kurz meinen PC. Oh mein Gott, exklusive Einblicke. Ich muss nur gucken, dass ich mich nicht darin spiegle. Moment. Ah, scheiße, man. Auf dem Handy sieht das immer nicht so cool aus. Hä, das sieht über kacke aus auf dem Bild. Okay, also ihr solltet mich drauf nicht erkennen, I guess. Ich muss mir ganz kurz das Bild mal schicken. Also, Digga, was willst du denn da sehen? Ihr könnt halt maximal meinen Fuß sehen. Und wenn ja, dann Glückwunsch. Also, wenn ihr meinen Fuß sehen wollt, ja, habt ihr eh schon mal. Ne, ich, ähm, zeige mir das mal ganz kurz, weil, ähm, ich habe halt eben auch meinen kompletten PC unten, äh, auf blaue Beleuchtung. Und mir gefällt es besser, weil davor war es halt auf lila. Mir gefällt das blaue auf jeden Fall wesentlich besser. Digga, generell, also mein Zimmer sieht einfach insane aus. Es ist halt hier überträglich krass eigentlich, wie das aussieht. Ähm, und keine Ahnung, ich finde halt sowas super satisfying, wenn dein ganzes Setup eben matcht. Ja, keine Ahnung, ist jetzt, also ist es jetzt kein allzu heftiges Bild oder so? Warte mal, lass mich nochmal ganz kurz. Ja, Digga, freu dich halt, wenn du mich da siehst. Digga, man kann mich da nicht sehen. Ne, aber auf jeden Fall sieht es aktuell, oha, exklusive Einblicke, wie das aussieht bei mir. Ne, nur auf jeden Fall sieht mein PC, also das wisst, wisst ihr das eigentlich, wo mein PC steht? Wisst ihr das eigentlich? Wisst ihr, wo mein PC ist? Ja, ne, ich habe das schon mal gezeigt, dass der unter, unter meinem Schreibtisch ist, in einer Wand. Und, dass der halt vor, also, dass der halt in einem Fenster rausguckt. Und mein PC sieht halt so jetzt gerade aus. Und es ist halt aktuell super matching mit den blauen Lichtern und so. Es ist halt über sick. Es ist halt, also, es ist halt schon sehr geil. Also, und, äh, man sieht auch zum Beispiel meine Kraken Z73, die ich eben jetzt hier auch nochmal verbaut habe. Es ist halt schon sehr geil. Also, ja, es ist jetzt nicht wunderschön, das ist hier mein Headset-Kabel. Aber, äh, ja. Wo machst du den an? Ich, ähm, also, da, wo der drin steht, das ist ein separater Raum. Ich muss da in, ich habe halt hier nochmal einen separaten Raum in meinem Zimmer. Wie kannst du da sitzen? Also, das täuscht jetzt halt aus dem Winkel, aber, wie gesagt, das ist halt ein ganz normaler Tisch, der 60 Zentimeter tief ist. Also, ja, logisch, das sieht jetzt nicht so, also, das sieht jetzt aus, als wenn das so zwei Zentimeter sind. Aber, ja, es ist halt sehr viel Platz. Was ist, wenn da Ratten da drin wohnen? Bruder, ich, in den, in den Raum gehe ich jeden Tag rein, weil, ne, da ist auch mein Drucker, also, ich habe sozusagen einen Raum für die Kabel und für meinen Drucker und für meinen PC und so. Überhitzt der. Im Gegenteil, der ist halt, mein PC steht halt eben komplett frei. Der ist halt, ich habe einen separaten Raum für meinen Rechner und der ist halt von allen Seiten, außer von der hier, steht der frei. Der ist halt, der hat die beste Durchlüftung, die man halt als PC haben kann. Ja, also, der, der Raum existiert halt für meinen PC. Soll ich euch, oha, soll ich euch noch mehr zeigen? Komm, eigentlich, warte mal. Soll ich euch noch mal zeigen? Komm, ich liege. Ich liege heute ein bisschen mehr. Ähm, weil, damit ihr das halt versteht, was, also, das klingt immer so falsch, ich habe einen Kabelraum. Was für ein Kabelraum? Aber ich habe halt sozusagen die Möglichkeit, hinter dieser Wand, also, dieser Konstruktion, wo eben auch der, meine Bildschmer angeschraubt sind, ist ja eine separate Wand. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das dahinter aussieht, damit ihr eine Vorstellung habt. Hä, warte mal, wo steht der PC jetzt? Weil, es ist an sich halt relativ simpel, aber auch clever. Und zwar sieht es eben, es sieht so aus. So sieht es halt sozusagen, so sieht der separate Raum in meinem Zimmer aus. Das ist der Kabelraum. Kann man das, also, versteht man das? Also, ich, also, ich weiß nicht, ob, was ich da jetzt noch erklären muss oder so, aber... Versteht man das? Ja, schon, oder? Der ist klein. Naja, Bruder, was soll ich da für einen Raum haben? Hier hinten ist sozusagen der zweite Rechner, auch von NZXT. Ne, natürlich, das ist so ein etwas älteres Gehäuse. Ähm, und ich habe ja sozusagen, ich habe zwei PCs. Zwei PCs. Wie schaltest du deinen PC an? Hier, muss ich auf den Knopf drücken. Also, relativ simpel. Ja, und das hier sind, by the way, das sind die, ähm, das sind eigentlich für, für Dachfenster. Das sind halt die, ähm, Konsolen. Also, hier sind meine Konsolen hinter. Und wenn ich den Knopf drücke auf einer Fernbedienung, dann fahren diese Dinger aus und schieben sozusagen meine Konsolen aus, aus der Wand heraus. Das wiederum, ja, ist auch voll krass, aber, ja. Wie kommt man in diesen Raum? Es gibt eine getarnte Tür. Es gibt eine getarnte Tür, die man nicht sieht. Ah, soll ich euch das auch mal zeigen? Das habt ihr noch nie gesehen, ne? Ja, dann muss ich ein Video machen. Kann ich mit meinem Handy ein Video machen? Warte. Ich mache ein Video. Moment. Das ist los. Ja, also, vielleicht stellt ihr euch ein bisschen das krasser vor. Aber ja, auf jeden Fall, so sieht es halt hinter meinem PC aus. Und, ähm, das ist halt das Gute. Also, das ist hier, das sieht auch chaotisch aus. Obvious, aber das sieht halt keiner. Diese Kabel sieht halt niemand. Und, ähm, das Gute ist, also jetzt versteht ihr auch, dass der PC halt gut durchlüftet ist. Und sollte ich halt rein theoretisch was austauschen wollen, ich hätte ja davor ja auch eine Doppelwand. Aber die alte Doppelwand war halt nur 25 Meter, äh, 25 Zentimeter tief. Und das ist halt jetzt anders, weil diese Doppelwand ist eben, ja, ich kann da halt reingehen. Ich kann legit hier hingehen und sozusagen hier halt Kabel ab, bupp, bupp. Ich kann halt schneller, ähm, zum Beispiel als ich die Wasserkühlung eingebaut habe von NZXT, die Z73, die Kraken. Habe ich einfach meinen PC, alle Kabel, bupp, 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 PC genommen und konnte ich einfach ins Licht halt einfach draußen ins Wohnzimmer nehmen und habe die eingebaut. So, das, also das ist halt wesentlich angenehmer und halt viel chilliger, ne, also das ist halt so viel angenehmer dann. Hast geleakt, dass du nicht mega fett bist. Ach, Leute. Ist dein Router auf der Wand? Der ist hier an der Wand geschraubt, also das ist einer von meinen beiden Routern. Ich habe hier hinten noch einen Router. Ich zeige euch die Konsolen, keine Sorge. Aber ja, er ist doch voll praktisch, dass der Router hier ist. Hier ist das LAN-Kabel, das geht halt direkt in den Rechner. Wie schraubt man sowas an eine Wand? So ein Router hat sogar, der hat sogar so eine Einkerbung. Das ist relativ simpel. Warte mal, ich muss ganz kurz das Video checken. Ja, keine Ahnung, ob ihr das jetzt cool findet. Also, wartet, ich zeige es euch. Macht bitte eine Roomtour. Ja, ich werde eine Roomtour machen. Keine Sorge, also das ist halt ein rieseng, äh, geiles Projekt so, was ich euch ja auch auf jeden Fall auch zeigen möchte insgesamt. Aber das ist halt momentan noch, ja, ich zeige es euch. Hier. Das ist hier die Konstruktion, wie die Konsole eben aus der Wand kommt. Das ist halt sozusagen jetzt hier über meinen rechten Monitor. Und über meinen linken Monitor kommt die Playstation raus. Aber hier ist die, hier ist die Switch. Moment. Geile Quali, oder? Und dann kann ich die halt, also die kommt halt so rausgefahren und ich kann die rein, theoretisch, halt wieder reinfahren lassen. Und dann ist halt die Wand, sozusagen, dann ist es wieder zu. Wozu? Ich sage es dir ehrlich, es ist halt cool. Es ist halt, ja, es ist halt clean, wenn du halt ein cleanes Setup haben willst. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon, ihr habt es halt noch nie gesehen, ne? Ist halt ein Hobby. Ja, ohne Mist. Und ich sage es euch ehrlich, so manche würden so denken, äh, Dicker, was kostet sowas, sich das halt machen zu lassen. Das sind halt einfach nur zwei Motoren für Dachfenster. Und dann einfach ein bisschen Bastelei und das bockt halt voll. Ist halt übernice. Bei Stromausfall alles RIP. Ich glaube, wenn Stromausfall ist, dann, also der Motor, der funktioniert auch ohne Strom. Und, also, ja, keine Ahnung, wenn halt Stromausfall ist, dann kann ich halt auch keine Switch zocken, ne? Also, wenn deine Konsolen so versteckt sind, will ich nicht wissen, wo dein Geld versteckt ist. Das sind mir diese Leute, die immer so, ja, ja, ich bunkere nur unter Kopfkissen, vertraue keiner Bank, ja, ja. Ne, aber, ähm, ja, das ist mein Setup. Also, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt, also, ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich auf blau geswitcht habe. Nur sehr, sehr cool. Und das ist halt hier sehr, sehr nice, der Akustikfilz auch. Der ist über sick. Und, ähm, ja, der ist generell in meinem ganzen Zimmer. Also, ich kann euch auch nochmal eine Sache zeigen. Warte. Genau. Ähm, das ist hier noch ein bisschen etwas älteres Bild. Aber das sind ebenfalls, äh, bei Tag sind das eben meine, äh, die... Ja, so sehen halt meine Wände jetzt aus. Meine Wände sind halt komplett verkleidet mit solchen großen Akustikfilzwänden, die eben verstellbare LEDs haben. Also, hier sind komplett LEDs an den Seiten unten überall verbaut. Das ist eine riesen Bastelei gewesen. Und die sind alle halt voneinander auch custom. Das heißt, ich kann jede einzelne Wand einstellen, wie ich das möchte. Ich kann da Effekte draufknallen, wie ich will, was auch immer. Und, ähm, ja, das ist halt übersick. Habe ich schon mal gezeigt. Ja, das habe ich schon öfter gezeigt. Das kennt ihr schon. Das war ja. Wie hast du es geschafft, den PC in die Wand zu kriegen? Naja, an sich hast du einfach eine Wand und dann schneidest du einfach ein Fenster aus. Und dann vorm Fenster stellst du den PC. Das ist nicht so kompliziert. Das ist jetzt nicht das, äh, große... Das ist nicht die große Wissenschaft. Ähm, ja. So viel jedenfalls dazu. Und genau, weil ich... Das war eigentlich das, womit wir angefangen haben. Ich, ähm, wollte euch halt einfach nur zeigen, dass eben ich halt jetzt alles auf blau habe und das halt an sich ein bisschen cooler ist. Jedenfalls fühle ich mich auf jeden Fall Instagram ein bisschen wohler, seitdem das halt hier blau ist.